ja herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich komme gerade von christiane zurück sie hat ein pferd das ist die peppa christian hat mich gefragt ob ich ihr pferd fotografieren wollte na klar mache ich so was da bin ich doch immer dabei wir hatten auch super geniales wetter eine tolle wiese blauen himmel ein super pferd hatten wir gehabt wir hatten richtig geilen tag gehabt naja ich habe christiane eben die bilder gebracht ich hatte ja auch einen kleinen film dabei gemacht und er hat ihr so gut gefallen ich habe sie jetzt im nachhinein gefragt ob ich den film auch hochladen darf auf meinem kanal und sie hat zugestimmt so ich werde euch jetzt noch ein paar bilder dabei spicken dass das auch was fürs auge ist für die technik versierten die es wissen wollen ich habe mit der canon eos 5d mark 3 fotografiert wenige bilder mit dem 24 70 bei kleiner blende und die meisten bilder habe ich mit dem 70 200 bei blende 4 gemacht damit ich auch ein schönes bouquet erhalte so jetzt nicht lang labern schaut euch den film an ich hoffe er gefällt euch und noch mal schönen dank an christiane und die tolle pepper so 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 ich steige um von den models ich nehme die jetzt aber so 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 Untertitelung. BR 2018 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 Sie ist genauso zickig wie ein Model. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018